einen wunderschönen da bin ich auch wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt wie ihr seht war party wollen wir heute anzocken ist ein psn titel bin mal gespannt ich denke heute werde ich dann auch zwei videos online schalten also dann wenn ihr das seht sind zwei videos angekommen weil das erste video das spiel war jetzt nicht so meins habe ich nur sechs minuten spiel ich habe meine lesebrille nehme ich auf deutsch sprache deutsch unter die breiten einzelspiegel anleitung herr schieftain a few raptors have set up their nest to the north of this encampment it's only a matter of time for their population becomes too hard to handle better stop it out now so it won't threaten our base we're also in dire need of food so we can kill two raptors with one stone halt we're nearing the raptor nest for the raptors hover over them and press the given button to attack once an attack command is given we will only attack that target until it is dead well done that should keep us safe a little longer what raptors carry in aggression they lack in meat we could still use more enemy contact eyes open they're translating north of here that belong to a triceratops those provide plenty of beer crash them enemy contact our scouts have already set up the foundations for a base looks like they just finished up building the settlement ich kann auch nichts Neues herstellen track and crack hmm can you hear that sounds like trouble at the western gate of our settlement grounds oh what are we doing here what was that oh i miss another Zieht er ja eine Schlapp? Die kämpfen ja auch nicht. Na ja, dann holen wir einfach die. Sollte ich ja zu mir. Stopping time! Moving! Don't hold back! What do you need? Ready and able! On my way! On my way! Geht es denn hier durch, oder wat? So, geht es denn hier durch, oder wat? I'm going to find you. Weapon準備! I'm looking for a fight! But not in this country. A fight! And we will give it to them. But not in this country. We must move. We will need to prepare it properly first. Tear them above. We can use the food we've acquired from the hunt to build up our base. Let's grow our forces and strike them down. Those gates should keep them out while we prepare. Some villagers are already here, but we need more. Where are we going? Where are we going? Where are we going? Here is water, 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 water. We need one more villager to start building up our economy. What do you need? What do you need? What's crushing? I had to squat many moons to get tired like this. What needs crushing? You have my attention. You have work? What do you need? Moving out. Where does it hurt? Ready and able. Go. 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 So, jetzt haben wir die Raptoren getötet. Und wir suchen das westliche Lager. Bilde einen Dörfer aus der Siedlung aus. Ich glaube, das ist ein Dörfer. Ich glaube, das ist ein Dörfer. Und während wir uns vorbereiten. Einige Villager sind schon hier, aber wir brauchen mehr. Selecht deine Settlemente und trainier einen mehr Villager um zu entwickeln unsere Ökonomie. Was ist Krushy? Unabhängig? We stand United Point to enemy? We smash! What needs crushing? Aber wie soll ich denn den ausbilden? Bilde einen Dörfler aus der Siedlung aus. Gehe ich mit dem jetzt mal wieder zurück ins Dörfchen hier unten. Wie soll ich denn da einen ausbilden? So, die sind ja Krieger. So, wie soll ich denn da einen Dörfchen? So, wie soll ich denn da einen Dörfler ausbilden? Und, ja, mir steht hier nicht. Kann ich mir jetzt hier so einen nehmen, das ist ein Krieger. Also, ich bin blöde oder ich weiß auch nicht. Ich habe Angriff und Bewegen. So, ich bin blöde oder ich weiß, wie soll ich denn da einen Dörfler. So, ich bin blöde. Das war's für heute. I can fight, too. You have work? Ready and able. I can fight, too. I will fill the basket. I will fill the basket. I will fill the basket. I have all the people here. I will fill the basket. I will fill the basket. I will fill the basket. I am the Tussi. Bewegen und Angriff. Und wenn ich jetzt den hier nehme. Bewegen. Angriff. Aber hier ist nichts mit Ausbilden. Sammelpunkt setzen. Oh. Eyes open. Weapon ready. Weapon. 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 Also ich habe keine Ahnung. Ein Ziel bilden ein Dörfler aus. Ja, aber wie ausbilden? Hier oben ist noch irgendwas. Also die Tussi ist hier auch noch. So. Die kann aber auch nicht sammeln. Die kann nur bewegen. Kann ich die hier runter schicken. Jetzt kommt die da durch. Jetzt kommt die da durch. Also ich bin komplett überfordert. Aufgabe. Aufgeben. Ja. Ich bin sicher. Einzelspieler. Anleitung. Überlebensmodus. Gespeicherte Spiele. Ich mache jetzt einfach mal das. Weil es hat keinen Sinn. Also ich soll einen Dörfler ausbilden. Aber da steht auch nicht wie. Und wenn ich den anklicke. Kann ich nur angreifen. Oder bewegen. Also entweder bin ich zu blöde. Und sehe die Hälfte nicht. Oder ich weiß auch nicht. Farbe. Blau ist schon. Okay. Team 1. Team 2. Machen wir. Rot. Achso. 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 Machen wir. Überlebensmodus. Ich kann den. Der sieht schon düster aus. Die hätten ja wenigstens mal hinschreiben können. Wenn ich da schon so eine Anleitung mache. Wenn da steht. Bilder einem Dörfler aus. Ja. Wenigstens unten. Wie man es bei normalen Tutorials jetzt kennt. Dass man dann angezeigt bekommt. Drückt die Taste. Drückt die Taste. Und dann ist der ausgebildet. Aber da steht nur Bilder in Dörfler aus. Und wenn ich auf den Dörfler raufklicke. Ich habe ja alle angeklickt. Habt ihr gesehen. Mit den Sammlern kann ich sammeln. Oder dahin laufen. Mit den anderen kann ich sagen. Kann man angreifen. Oder dahin laufen. Du kannst es so einen schönen Tag dealen. Ja, doch noch ein paar Tage. Ich bin jetzt mal versteckten. Ich bin jetzt mal darüber und trage. Ich bin jetzt mal ein paar Tage. Und dann bin ich da. Ich würde auch mal sehen. Life is but a phase. What do you want? Kommandos. Bring up your dead. Bring up your dead. Come out of the dead. You're going to be well. I want the dead. The dead will be well. elles predictors The dead will be all over. Ich muss die Steine aufbauen, das hab ich jetzt schon mitgekriegt. Und dann macht das bestimmt Spaß. Hier oben ist man echt auf dem Präsentierteller, aber wenn man hier Glück hat und unten was hat, kann man hier schön Verteidigung machen. Das hat eine große Debit. So, und nun? So, und nun? Geh sie! Der kommt! Was willst du? Kommandos! Die Grafik ist echt schön gemacht, aber irgendwie passiert hier jetzt nichts. All will serve me. Ich lasse den jetzt einfach mal hier drauf. Die Dinger halt alle rein genommen. Hier oben sammeln. Aber mit dem Ausbilden würde ich echt gerne nochmal wissen, wie ein Dorfbewohner ausbilden soll. Wir machen gleich nochmal Tutorial. Der ist schon mitgang. Der ist doch kein Gegner. Der müsste hier nicht eigentlich noch eine andere Basis sein? Der ist doch kein Gegner. Der müsste hier nicht eigentlich noch eine andere Basis sein. Das ist doch kein Gewissen. Dich werfen? Das war's für heute. Da ist der Gegner. Das ist einer von mir. Das ist mir jetzt hier, okay? Wie bild ich die aus? Das sollte, das muss da irgendwie eine Möglichkeit geben. Das ist mir jetzt hier, okay? The enemy is attacking us! Ach, der ist sehr gut. The enemy is attacking us! 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 Soll ich Richtung Norden bewegen? So, da kommen Raptors! Wie soll ich ausschalten? Die enemy is attacking us! The enemy is attacking us! Wir können immer noch die Bühne benutzen! Es ist ein sehr guter Halt! Unsere Schäuze haben bereits die Bühne für eine Basis gelegt. Sie sehen, dass wir die Verkaufs haben, um die Settlement zu bauen. Hm, hörst du das? Das klingt wie ein Problem an der Westen Gate von unseren Settlement Grounds! Let's hurry and investigate! Oh, Mann! Es ist das, was wir brauchen! Die Tribe ist für eine Kampf! Und wir werden es geben. Aber nicht in diese Weise. Wir werden es vorbereiten. Wir werden es vorbereiten. Wir werden es vorbereiten. Wir können die Essen, die wir von den Hunten bekommen haben, um unsere Basis zu bauen. Wir werden unsere Fähigkeiten bewältigen. Wir werden unsere Fähigkeiten bewältigen. Wir werden sie unterhalten. nicht alltid. Auf die Schmerzen, die Fähigkeiten haben. Das war's für heute. Hover over the farm and press the given button to place it. Start building the farm by pressing the given button on a valid location to work. Farms are slower than berries and can only be worked up to three villas, but never run out making them. A very reliable source of food. Ready and able! Now I'm going to be a teacher. BauerIn, Bauernhof. Can I not? I have to have some materials. I think I have. BauerIn, Bauernhof. BauerIn, Bauernhof. I have to read it again. You have work. Ah, yes. BauerIn, Bauernhof. He's ready and able, oh! Ready and able! Excellent, now you know the basics to build up your economy. Land United! Build more farms and train more villagers. Maintaining a healthy economy is key to victory! We also require some houses to support our growing population. You have work? Houses are efficient but can only provide a total of 120 population. Building additional settlements is the only way to pass this limit. But only 4 settlements can be built in total. And one Bauernhof. Ready and able! You have work? It is time to start training some troops. Let's prepare by building a barracks and a medic hut. Ready and able! Ready and able! What do you need? кака бrdя Have work? Сейчас вы уже упали меня! Ready and Able! Nice job! From the barracks, you can train more warriors. We're strong against beast units, but very vulnerable to ranged units. What you need? You can train more medics from the medic hut. We cannot fight, but heal other units instead. Building more military buildings allows faster production units. Never rely on just one building. Start training a small army before we teach you how to really make a true war party. You now have a decent arm. There's one more step we can take to guarantee our victory. With enough materials, our tribe can improve our settlement and allow new technology and units to become available. Select the settlement and research the settlement upgrade to advance to the next tier. This process takes a while. In the meantime, build another barracks so we can train troops more quickly. Lagerhütter. Look what I see here. House, farm, Lagerhaus. There's a huge crystal node east of the settlement. Let's build a storage hut there. We have no more room for movement. We have no more room for movement. We have no more room for movement, but we have no more room for movement. Ready and Able! What do you need? You have work? Ready and Able! Ready and Able! You have work? What do you need? Ready and Able! Ready and Able! What do you need? Ready and Able! 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 You have work? Hei, zuha-ha-ha Das ist nicht schlecht. Verbesser deine Siedlung auf die nächste Stufe. Ich habe zu viele Leute, ich kann doch keine Krieger mehr herstellen. Wir bauen noch ein Lagerhaus. Noch ein Lagerhaus, da kommt vielleicht einmal was für recht. Ich habe eine Lagerhaus. Ich habe eine Lagerhaus. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Ich baue mal noch ein paar Farmen. Ich baue mal ein paar Farmen. jetzt kommt langsam vater jetzt die anfang war ein bisschen holprig aber jetzt kommt langsam vaterin erforsche in der kaserne die 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 für den Job kann die Unterschiede zwischen Victory und Defeat. Hat das funktioniert? Was hast du? Kann ich hier ein paar Opfern wegmachen? Ich müsste... Scheiße, ich habe zu viele hergestellt. Vielleicht mal hier zwei, drei... Ich habe eine Idee. So, und die? Ach, die bewegen sich ja alle denn hier, ja? Wir gehen jetzt einfach mal hier so ein bisschen rum. Irgendwo müssen ja dann wieder Saurier kommen oder so, die uns angreifen. Und die sind ja nur Sammler. Die müssten ja dann rein theoretisch von denen getötet werden. Dann kann ich auch Saurier herstellen und von den anderen was herstellen. So wie es aussieht, sind hier keine Saurier mehr. Scheiße! Ich habe zu viele hergestellt. Kann ich mit denen nicht Suizid machen oder so? Na ja, hat sich eigentlich echt aufgegeben. Da muss ich mich erstmal noch ein bisschen rindfuchsen, beenden. Da habe ich ein bisschen zu viel Leute hergestellt und kann dadurch keine anderen Leute mehr herstellen. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Also am Anfang war ich echt nicht so begeistert. Jetzt, wenn man sich so ein bisschen rindfuchst, ist das schon cool. Und vor allen Dingen Saurier. Ich denke mal, das wird auch noch, wenn man gegeneinander online spielt oder miteinander. Und wenn es jetzt hier weitergeht, wird es bestimmt auch noch ein bisschen interessanter. Also sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Dann würde ich jetzt hier aber auch erstmal einen Cut machen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wehrt, Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich verabschiede mich für heute. Wir haben jetzt Party War angezockt. Wie gesagt, ich lade das in 4K hoch. So wie ich es hier gespielt habe. Ich werde nichts rendern. Kein Intro, kein Outro, kein gar nichts. Dass ihr so dicht wie möglich an der Grafik dran seid, wie ich sie hier vor mir habe. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi! Seid euer Odin.